Wir bleiben dazwischen. Den Weg an und der Hitze. Und das machen wir schon gut so. Ich muss eben fast erstmal mein Display nochmal abwischen. Okay? Mhm. So. 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 Der vielleicht auch, das weiß ich nicht genau, aber diese beiden Pennerweiber dahinter. Die schwarze, die rechte, die hat ganz genau in unserer Nähe gepfiffen. Danke. So, das ist auch schön laut und gut drauf. Wir haben ja nichts weiter gesagt, ne? Die 10 Minuten? So. 8.05 Uhr. Vor etwa einer Minute ging eine lang und die hat dann ganz laut um uns gepfiffen. Man hört es eindeutig, das ist nur für uns.